Uns wurde die Jury vorgestellt und wir waren alle erst so, uh, okay, okay, ist eine andere Jury. Also ich wäre happy mit einer anderen Jury gewesen, aber ich wurde auf jeden Fall extrem überrascht von der neuen Jury. Und ich fand es ziemlich cool, dass die jetzige Jury da ist und ich finde die auch, ehrlich gesagt, ein bisschen besser als die letzte.